Ich habe gehört, wir wollen auf die nächste Ebene von 1 Grad gehen. Ja, das stimmt wirklich. Geil, gehen wir hin, ne? Da muss ich mal sagen, auf nach Ebene... Just a little bit geht, dieser macht es richtig. Wie immer. Nach Ebene 84. Da muss ich mal sagen... Let's go! Könnte das eine heiße Quelle sein? Es ist wirklich eine... Es ist ein... Ein natürliches Außenbad. Ich will es ganz ruhig angehen, aber... Ich denke mal, das ist nicht gerade die Zeit dafür. Nicht mal für eine kurze Zeit? Ich meine, wenn du in der Lage bist, Gegner zu besiegen, ohne... Nur eine einzige Ausrüstung gerade bei dir zu haben, dann... Liegt es halt dir. Okay, ähm, ja. Ne, aber ich habe ein bisschen was in meinen Skills nachgerüstet. Ich habe eine ganz coole neue Waffe jetzt in den Land. Aber ich kann es ja mal präsentieren. Perfectation Flame. Meine neueste Fähigkeit. Eine Fähigkeit, die absolut krass ist, ne? Ähm... Ja, da ist ja nichts mehr. Leider ist hier noch irgendwas. Komm schon, hier muss doch was sein. Auf jeden Fall, die neue Fähigkeit Purification Flame ist eine perfekte Ergänzung zum Healing Circle, den ich ja schon habe. Denn mit der neuen Fähigkeit kann ich dem Sinne... Ja... Starseffekt 936, wenn ich paralysiert werde. Ha! Fuck this shit. Ich habe die Möglichkeit, das aufzuheben. Ein Ameisen-Nest? Und das sind zwei davon. Ich ziehe aus, wie ein Spider-Stungeons. Boah, denke ich auch. Ähm... Bäm! Stunt, finde ich cool, ne? Ich wollte unbedingt mal eine Ameise stunnen. Habe ich halt auch noch nicht geschafft in meinem Leben. Ich finde einfach mal, so zu töten, ist auch mal eine ganz neue Art. Jetzt ist die Frage, wo wir hier was finden. Ich suche nämlich immer noch vier hier heißes Wasser, ne? Das klingt gar nicht. Ich höre mich zu schnell vor die Hunde. Das ist dadurch traurig, ne? Warum mache ich jedes Mal das hier, ne? Ah, jetzt ist nichts mehr zu holen. Schade eigentlich. Hätte mich so gefreut, nicht wahr? Hier ist leider nichts, außer eine Ameise. Und ein weiterer Weg zum nächsten Bereich. Ich spüre, die Ameise eines sehr starken Gegners. Ach, ne, Güte. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass hier irgendein starker Gegner ist. Ich dachte, das wäre nur ein normaler Teilchen, wo du einfach so durchspazieren kannst. Aber dass da noch ein starker Gegner rumläuft, das dann habe ich jetzt auch nicht geglaubt, ne? Ähm, ja. Eine Tür, mitten in einem Ameisennest. Macht natürlich sowas von Sinn. Kommt mal her. Feilfähigkeit. Scheiße. Ich wollte unbedingt mal die Perfection Flames benutzen. Ich habe das Gefühl, die haben mich irgendwie gebissen. Und deswegen, ich musste ja irgendwie den Schaden oder das, was die mir angetan haben, irgendwie rückgängig machen. Der Fiete Powerful. Ähm, ja. Wir werden ihn schon finden. Nur die Frage ist, wo er sich rumtreibt. Ich meine, so ein vormitteler Foe, der ist ja nicht gerade irgendwie etwas, was man einfach mal auf die Schnelle findet, ne? Hallo. Ey. Dein ist nicht so. Ja, genau. Wen habe ich denn ins Visier genommen? Oh, wir bekommen was. Oh Gott. Wir sind am Arsch. Okay. Wow. Ach, komm her. Du wolltest ja auch nicht sterben. Hast du mir ja gerade gesagt, ne? Habe ich auch gerade keine Zeit eigentlich für die, aber egal. Ach, du bist das, ne? Du bist der Gegner nach der Besuchung. Ich habe einen Startseffekt. Das geht gar nicht, ne? Dafür werde ich... Den Effekt werde ich gleich aufheben, ne? Den Effekt werde ich gleich so was von aufheben, weil ich... Ich lasse mich ja nicht von... Und jetzt stirbst du... Alter! Geh sterben. Bei dir ist ein Status, ne? Der bringt mir ja was. Und Quest. Komplett. So, wollte ich es doch sehen, nicht wahr? Was gibt es hier? Hier gab es das, ähm... Mach mal die Map mal auf. Bisschen fertig. Bisschen sogar schon fertig hier. What the fuck? Das ging ja echt schnell. Also, ich habe das Gefühl... Wir sind jetzt ein bisschen zu schnell geworden für das Spiel. Aber nur ein bisschen. Ich meine, ihr habt mir denken... Wir rasen gerade durch, dass das Game ist sonst da was. Damit rechnet auch kein Schwein eigentlich, aber egal. Finde ich da nichts mehr. Das ist schon klar. Ich frage es, wo wir jetzt lang müssen. Da geht es lang, ne? Das ist bestimmt auch zum Labyrinth. Bin ich mir schon was, relativ sicher. Vielleicht müssen wir nochmal Ameis töten, aber... Verrate es bitte keinen, ne? Halle laut! Danke! Ähm... Was ist das? Da müssen wir lang. Ne, da kamen wir her, ne? Dann geht es eben da lang. Machst du gerade ein Bad nehmen? Es tut mir leid, du... Arbeiter, Ameise, dass sie sich leider gestört haben soll. Es tut mir leid. Ich bin aber ein sehr unhöflicher YouTuber. YouTuber sind eigentlich generell unhöflich. Müsst ihr euch merken. Und, ja. Mehr braucht man auch nicht zu wissen. Sehr gut. Zwei von acht. Acquired. Das ist doch schon mal gut. Auch besser wäre es, wenn es alle wären, ne? Aber wir nehmen erst mal die Truhe mit. Noch mehr Erze hier. Das ist ja auch schön. Erze brauchen wir doch schon immer, ne? Da gibt es Slimes. Das ist auch natürlich interessant. Gerade nichts. Können wir das kurz aus der Töten. Danke! Genau so weit ist das selbe. Moment, ob die Map mal gucken. Wir sind... Ne, das wird schon so ein richtiger Ausgang. Da können wir nicht lang gehen. Wir müssen schon ganz professionell den falschen Weg gehen. Glauben wir das andere Filme dann? In die Falle gelockt und ausgenockt. Ähm, ja. Wir konnten es da nicht kommen sehen. Und jetzt wurden sie einfach noch so ausgenockt. Also, das ist traurig. Wie ich die einfach hier einfach eiskalt vernichte. Na gut. Ähm. LOL. Aster kann durch Wände gehen. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Vibe, Alter? Ich kann alles. Bye, bye. Ähm. Wir wollten euch die Beuer beschützen. Aber wer hat uns einfach überlassen? Oh, ich hab mich einfach nur One-Hit ausgenockt, ne? Ich bin zur OP für die Welt. Das ist mein Problem, ne? Das ist... Das ist eine traurige Sache. Es tut mir leid, dass ich euch das... ...können könnte. Das hat uns zu einer offenen Area geführt. Warte, was ist das? Da ist doch was. Und Ameisen. Ein Loch im Nest? Ich denke mal, das schaust du mir mal an. Ja, schaust du ruhig an, Kirito. Aber bitte bedenke es die Gegner auch. Pisst werden können. Außerdem ist hier immer noch ein OP-Gegner unterwegs. Den müssen wir auch noch finden. Den müssen wir auch noch finden, den großen Gegner. Der hier. Moment. Kannst du bitte... Danke. Danke. So wolltest du es sehen. Alter, was bist du denn? Wer ist schneller? Du oder ich? So, um den Wink-Caster ein bisschen zu beschleunigen. Genau. Greif ruhig an. Damit ein Tag ein bisschen wieder voll sind. Danach würde ich dem... in der richtigen Kombo eine so rüberziehen, ne? Ach, du großer Gott. So. Die Avalanche, ne? Du mit Avalanche, ne? Das ist natürlich schön, ne? Dass du Avalanche drauf hast, ne? So. Den zu töten wird schwierig werden. Avalanche sagt er so schön. So. Komm, ich war auch mit. Ich war auch mit bei der Party, ne? Und? Jetzt, komm her! Ach, komm! Machen wir noch keine Eclipse hinterher. Ja, komm! Ich bin dafür, wenn... Dann ein richtig epischer, zerstörerter Tod. Und das ist doch die beste Bestrafung für so einen... Ja... Idioten. Danke. Oh, wir haben fast den Level ab, ne? Ja, ich auch gerade, ne? Aber so halb, ne? Nix dabei. Na gut. Ähm... Okay. Danke, dass du gestorben bist. Aber... Er hätte schon was droppen können. Mal gucken, ob ich den jetzt dran kriege. Nichts dabei. Schade eigentlich. Ich hätte nicht gewünscht, dass die ein Item hätten, aber ich mit ihm könnte. Weil wir brauchen ja noch heißes Wasser, ne? Ein spezieller Gegner. Lauert hier, okay. Ähm... Geh, sterben. Danke! Bum! Schön! Das gefällt mir doch. Brandhausen Schaden, Alter. Das ist schon... Das ist schon heftig. Wow, ich würde sagen... Ich gucke mal kurz bei den Quests. Wir haben... Wir müssen noch ein paar von den Princess Gardens noch ein paar bekommen. 7 von 8 haben wir schon und 4 von 6. Gut. Wir kommen voran. Wir kommen voran. Ja, du bist auf jeden Fall der... Mein, 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 das ist ein Ziel, ne? Weil du hast was, was ich haben will. Ich will es wieder haben. Irgendwie nennt mich dieser Spruch an Irgendwie nicht überlegt gerade, wer hat das damals gesagt? Ach! Lurik! Fällt mir wieder so ganz spontan ein, ne? Lurik, wir kennen unseren Freund Lurik, Sonny Boom-Lungs-Aufstieg, bestes Spiel, das jemals existiert hat. Ich denke mal, je weiter wir voranschreiten, desto mehr Arme zu kommen. Ich glaube, wir kommen langsam dem tiefsten Bereich näher. Wir haben keine Ahnung, wann wir ein Kampf-Event auslösen, also sollten wir furchtig sein. Ach, furchtig sein! Nicht meine Art! Reingehen, ab in den Kampf, ne? Was ist das? Ein Opfer! Ein direktes Opfer, was sterben wird, das Ding wird durch meine Eclipse verrecken. Oh, der hat jetzt um Gebeten auch noch! Ja, der ist anders, komm, lass uns ihn töten. Moment! Los geht, die Party, ne? Die Party beginnt! Oh mein Gott, der wird nicht One-Hit! Das 4 hat überlebt! Bringt ihm noch nicht viel, weil ich das genauso kann, ne? Wow! Quests, schauen wir mal kurz in die Quests rein. Yes! Wir haben die eigene Mission voll gemacht. Cool! So will ich es doch sehen. So muss es doch laufen immer. Ich glaube, jetzt müssen wir bei dem Labyrinth eigentlich rauskommen, oder? Ja klar, wir sind beim Labyrinth rausgekommen, hi! Wir haben das Labyrinth einfach mal gefunden, ne? Wobei! Raus hier! Das Labyrinth? Oder doch, wir müssen die machen. Oh komm, machen wir es doch. Warum bin ich gerade rausgegangen eigentlich, ne? Genau, sich haben wir ausgelöscht. Eins haben wir schon mal. So, das war Nummer 2. Jetzt kommt Nummer 3. Ich werde es wieder mal festhalten, dass es nicht wegkommt. Kurz durchhalten und noch kurz durchhalten. Bye, bye! Ja, Left Up, bitte ich, ne? Für mich bald auch. So, jetzt sollte ich den Re-Caster erhöhen. Wow! Ihr beeindruckt mich! So, Out-Attack läuft. Jetzt schauen wir mal, ähm... Da ist die Mission vorbei. Das heißt, wir müssen bis dahin noch die anderen finden, ne? Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. Oh, oh, oh! Töne ihn bitte mal! Asuna, bitte töten! Ja, so war ich das eh, ne? Ich habe mit meinem Skill gewartet, ne? Und jetzt für immer Vernichtung! Ja, wir haben es mit heftig ihren Gegnern zu tun. Tut mir leid. Level Up, ne? Nochmal kurz warten. Und... Tödlich! Haben wir ihn geschafft? Fehlt da noch einer, oder was? Dann haben wir erst mal gucken. Da haben wir wahrscheinlich noch eins von denen, die was sehen, ne? Wir haben es geschafft! Und... Rums! Getötet! Fehlt noch einer, ne? So! Mission erfüllt! Ähm, wir werden belagert! Wir sollten lieber wegrennen, anstatt hier... Das war ein Item, aber trotzdem. Bums! Zerstört, alter! Warum mache ich eigentlich gerade eine Attacke, wenn ich genau weiß? Dass wir eigentlich gar nicht mehr das machen mussten? Komisch. Ich bin komisch. Gehen wir weiter, aber... Hä? Ich will mal ne Frage stellen. Wir sind in einem Labyrinth. Ganz klar. Es steckt voller Überraschungen. Aber die größte Überraschung! Die steht vor uns! What the fuck, Alter! Vor allem in einem Labyrinth! Ich glaube, da haben wir, glaube ich, jetzt gerade ganz andere Gedanken, als uns mit das Dreh abzugeben. Was machst du hier? Das ist ein Labyrinth. Wir haben gerade andere Dinge, jetzt mit dir zu reden. In einem Labyrinth. Eine Pause machen. What the logic! Du suchst nach etwas? Egal was auch ist. Es ist nicht gerade eine gute Idee, hier einfach mal so auf sich allein gestellt mit einem Labyrinth rumzulaufen. Moment mal! Ja, du wärst total erledigt und brauchst eine Pause. Soll ich erstmal in die Stadt zurückkehren? Sie ist komisch, oder? Hm. Okay, okay, ja. Aber wie sind die Grundregeln bei uns? Wenn ich sage, dass du in Gefahr bist, dann solltest du meinem Film folgen. Bis ins ganze Teil, ist das klar? Ich hoffe, du brauchst das nicht, Kirito. Okay, dann lass uns loslegen. Sind wir jetzt zu dritt unterwegs jetzt, oder? Worauf läuft das jetzt ab? Äh. Du hast Astlan nach Hause geschickt, Kirito. Bist du des Wahnsinns? Mit Strea werden wir null Chancen haben. Keiner. Wir werden sterben, ne? Wir werden auf der 2 erledigt. Ähm. Oh, meine Fresse, wir haben ein Problem. Ich werde mal gucken in den Waffen, ne? So kommen wir nicht voran. Schnell gucken. Items. Was haben wir an zwei Schwabwaffen hier? Äh. Für ihre Klasse Ich habe ja einiges für sie ja Lightning Meteor Ich muss mal gucken Was macht Das macht viel Damage Der Impulse Blaze Die wird wahrscheinlich auch mal verstärken Bis dahin gebe ich dir den Leo Eruption So Ich kann ja keine Waffe geben Scheiße Ich habe irgendwie die Waffe gesehen Und die können sie nicht nehmen Keine gute Sache Vor allem mit Strea da durchzurennen Ich glaube es hakt teilweise hier Los Und jetzt schaffst du auch noch Nightmare Rain for the win Perfekt So Guck mal schnell wo das ist Was wir so Wo die anderen sind hier Du bist auch ein Endcommander Ne Der weicht aus Was für eine Lusche Ne Macht man eigentlich nicht Aber ich bin ja kein Gegner Ich habe ja nichts zu sagen Und nichts zu melden Es ist eine Okay Ich töre dich Dich nehme ich auseinander Und Bye Bye Und Haben wir jetzt die Aufgabe schon erfüllt Nicht dass wir jetzt alle Endcommander schon ausgelöscht haben Aber okay Gut 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 Hab ich verstanden Spiel Ich hab's verstanden Wir haben noch ein paar zu töten Perfekt Erledigt So Geh mal hier rein Hier müsste der nächste sein Eigentlich von denen Auch nicht Dass wir eine Beschützerin Auch noch eine Beschützerin Die bringen uns nix Die bringen uns verdammt nochmal nix Was wir brauchen Sind die ganzen Endcommander Ich glaub Der ist hier einer Ne Nau mir die mal her Wow Wir haben's geschafft Quest complete Endlich Was ist die los Gefällt mir Du bist bei was denn Ort Ne Moment Halt noch kurz aus Und jetzt Kranke Vernichtung Wenn ich's einfach mal Das ganze jetzt hier Kann ich nie mal sterben Danke Was ist hier In dem Room Schau Aber wir sind ja nicht ohne Grund Ne Hier war nix Der ist komplett leer Menschen leer Hier wird sich niemand mehr Hertrauen Ich würde sagen Ab durch die Tür Ne Aber dass wir Strea Mitten im Labyrinth finden Ähm Kann man ja mal machen Ne Aber was sucht sie eigentlich Hier im Labyrinth Das wäre mal die Frage Danke Äh ja Schätz mal Das hast du nicht gemacht Komm nicht darauf Was du eigentlich Suchst Was zum Teufel Einfach so was Das diese Welt Zerstören kann Also jetzt wüsst du nicht Was du hier so Oder wie es genau aussieht Das ist so Wenn du damit antworten willst, dass irgendwas in meiner Gruppe fehlt, dann bist du außerhalb der Linie. Warum habe ich sie sonst ausgewählt? Und wer sind die sogenannten Girlies? Ähm, Kirito, ich will mir lieber nichts sagen, ne? Das ist egal, Kirito. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin glücklich. Ich glaube, das ist ein Problem. Ich glaube, ich kann es arbeiten. Ich glaube, es ist ein Problem. Es ist ein Problem, dass ich das Party für ein paar Party brauche. Ich muss jederzeit auf die Kraft von einem anderen. Ich glaube, ich habe es ein Problem, dass Asuna viel mehr die Erwärterung hat. Ich glaube, dass es ein Problem ist, wie es das Kabel ist. Das stimmt. Gucken, ist eigentlich auch so verstört wie ich. Das stimmt, das hat eigentlich überhaupt nichts mit Kämpfen zu tun. Du machst wirklich alles auf deine Art, was? Ich muss es gelassen. Sie weiß genau, was sie tut hier auf dem Schlachtfeld. Ich weiß, sie ist damit beschäftigt, irgendwas bestimmtes zu finden, bis sie es gefunden hat. Ich weiß nicht, warum ich sie nicht einfach in die Kampfraum mit einlade. Und ich kann sie verstehen, dass du Asta einfach sitzen lässt, ne? Die steht da rum. Haben wir überhaupt meine Queen Guards gefunden? Ne. Das sind echt diese Queen Guards, ne? Wir haben eine gefunden. Verbesserung. Und Zerstörung. Ui. Ja, die Zeit könnte hinkommen. Wahrscheinlich, weil die Gegner härter sind. Ja, Stunnen. Warum Stunnen? Draufhauen ist doch lustiger. Ist jetzt meine Antwort. So, ist die Frage. Da geht's weiter. Ähm, ja. Und? Komm her, Commander. Du willst doch sterben. Alter, das ist so krass eigentlich. Also, manchmal finde ich diese Lichteffekte hier von den Schwertern echt geil, ne? Obwohl, es gibt auch deutlich epischere. Zum Beispiel... Die neuesten Schwerter hier bei Fete Ballet. Die sehen natürlich noch epischer aus. Ähm. Haben wir alle erledigt. Perfekt. Alle raus. Moment. Ich guck mal kurz auf die Map. Wir haben gerade mal da hin geschafft, ne? Ich würd mal sagen, wir gehen da lang. Moment. Wir gehen da rüber. Da lang. Da hin. Yes. Und... Down. Okay. Das Schwert rutscht mal ein bisschen durch den Boden, ne? Na gut. Soll ich mich jetzt nicht beschweren, ne? Okay. Und jetzt noch die finalen Runden, ne? Und? Stirbste. Bums. Bums. Du hast mich gecancelt, ne? Danke. So soll es doch sein. Ich würd sagen nachvollziehend ein paar PN, wenn wir dann hier die Mission abgeschlossen haben. Okay? Okay. Okay. Genau. Das ist der große Gang. Da kamen wir her. Das heißt, wir müssen... Jetzt da oben rein. Hier haben wir... Ah, da geht's ja als nächstes Event weiter. Ah, die Story wird doch langsam immer interessanter, ne? Ich... Muss mal gucken, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt... Queen's Guard. Du bist wichtig, ne? Wow. Zwei. Und gewonnen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja. Quest abgeschlossen. Sehr gut. Sabren hat mich nicht rausgeschmissen, ne? Und das machen wir dann im nächsten Mal. Von daher, ihr könnt schon mal Kommentare in der Wertung da lassen. Bis jetzt dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Und Emmett Control. Bis zum nächsten Mal.